Das Ziel der Atemübungen ist die Verbesserung der Belüftung von der Lunge. Die Kontaktatmung kann im Stand-, Sitz- oder Rückenlage durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Schultern während der Übung entspannt bleiben. Begeben Sie sich in die Rückenlage. Alternativ können die Beine auch aufgestellt werden. Legen Sie beide Hände auf das Brustbein und schließen Sie die Augen und versuchen Sie langsam und tief unter Ihre Hände und durch die Nase einzuatmen und durch die leicht geschlossenen Lippen, auch Lippenbremse genannt, wieder lange auszuatmen. Spüren Sie den Druck Ihrer Hände nach. Bis zu zehn Atemzüge sind möglich. Dann legen Sie Ihre Hände seitlich an den Brustkorb und atmen ruhig bis zu zehnmal langsam ein und aus. Anschließend legen Sie die Hände weiter nach hinten in die Flanken und atmen Sie auch dort wieder bis zu zehnmal zu Ihren Händen. Zum Abschluss legen Sie die Hände auf den Bauch und atmen Sie bis bis zu zehnmal tief in den Bauch.